Warum haben wir uns hier in Empfingen angesiedelt? Ganz einfach, Empfingen liegt direkt an der Bodensee Autobahn A81 und Sie brauchen nur 30 Minuten vom Autobahnkreuz Stuttgart bis hier. Wir sind raus aus dem Ballungszentrum und doch nah dabei. Deshalb kommen Sie nach Empfingen. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.